Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. Heute auch wieder mit einer spezifischen Position, denn wir blicken auf Borussia Mönchengladbach. BMG hat ja einen guten Saisonstart erwischt, zudem gab es wichtige Vertragsverlängerungen mit Plejar und Hofmann. Trotzdem braucht das Team noch mindestens eine weitere Verstärkung, denn vor allem in der Offensive ist man einfach zu dünn aufgestellt, vor allem in der Breite für das Dort an Qualität. Deswegen wird auch ein neuer Stürmer gesucht, ein typischer Neuner, unter anderem auch, weil er Breel Embolo, Gladbach, verlassen hat. Im besten Falle bringt der neue Mann auf jeden Fall Kopfballstärke mit, was ihm für einen typischen Neuner nicht unwichtig ist, vor allem aber auch die Fähigkeit im Ball bis Fußball zu funktionieren und on top möglicherweise auch noch ein bisschen Tempo. Finanziell ist sicherlich jetzt nicht irgendwas utopisch krasses möglich, ein paar Millionen hat man aber und die könnte man in diese fünf Stürmer investieren. Legen wir los mit Toni Martinez, 25 Jahre alt, aus Spanien, Marktwert 5 Millionen Euro und sein Vertrag beim FC Porto läuft noch bis 2025. Martinez ist 1,87 Meter groß und wird Porto wohlmöglich verlassen. Zuletzt gab es vor allem noch Gerüchte um den FC Augsburg sowie Hertha BSC. Bislang ist ein Wechsel aber nicht über die Bühne gegangen. Meiner Meinung nach sollte Gladbach auf jeden Fall auch mal Martinez zumindest ins Notizbuch reinschreiben, denn er ist noch ein relativ junger Stürmer, sprich man kann ihn auf jeden Fall noch entwickeln. Er ist entwicklungsfähig, hat aber auch schon ein gewisses Maß an Erfahrung. Problematik ist aktuell noch so ein bisschen der Preis. Beim FC Augsburg spricht man wohl davon, dass Porto 20 Millionen Euro für ihn haben will, was natürlich wirklich ein komplett utopischer Preis ist. Das kann nicht realistisch sein. Nein, sollte man doppelt den Preis runtergehen, vielleicht sogar eine Laie aushandeln mit anschließender Kaufoption, dann kann Martinez auf jeden Fall passen. Denn der Spanier ist stark im Abschluss, er kann auch richtig gut mitspielen, was sicherlich für Fakus' Fußballidee nicht ganz unwichtig ist und bringt eine gewisse Power in die Box, die Gladbach da vorne auf jeden Fall gebrauchen kann. Wer natürlich in diesem Video nicht fehlen darf, ist der womögliche Wunschkandidat als Mbolo-Ersatz. Dion Drena-Beljo, 20 Jahre jung, aus Kroatien. Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro und bei Osijek läuft sein Vertrag bis 2025. Beljo ist ein wuchtiger Neuner, 1,95 Meter groß und vor allen Dingen mit 20 Jahren ein Talent, welches man natürlich entwickeln muss, entwickeln möchte, was aber natürlich auch schon gewisse Fähigkeiten jetzt schon mitbringt. Diese Saison hat er in 4 Saisonspielen schon 3 Buden erzielt. Letztes Jahr waren es 15 Tore und 4 Vorlagen in 34 Spielen. Sprich, er weiß schon im jungen Alter, wo der Kasten steht. Eine Verpflichtung ist wohl auch wirklich gut möglich. Mit dem Spieler sei man sich ja auch schon laut Sky mündlich einig. Allerdings liegen die Vereine eben auch laut Sky noch ein bisschen auseinander. Osijek will wohl bis zu 10 Millionen Euro haben. Roland Wirkus, Gladbachs Sportboss bietet aktuell aber wohl rund 3,5. Das ist sicherlich auch zu wenig. Was allerdings gefordert wird, ist auch ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich kann man sich am Ende in der Mitte einigen. Vielleicht so 5, 6, 7 Millionen. Möglicherweise auch noch ein bisschen niedriger. Dann ein paar Bonuszahlungen mit dabei. Aber aktuell stockt der Wechsel auch so ein bisschen. Genau deswegen macht dieses Video auch Sinn, um noch andere Kandidaten mit reinzubringen. Aber sicherlich ist Bellio der Stürmer, den man dort auf jeden Fall am liebsten sehen würde. Aber es gibt eben auch noch andere Namen, die extrem interessant sind. Und dazu gehört auch Paco Alcacer. 28 Jahre alt, aus Spanien. Marktwert beträgt 9 Millionen. Und bei Villarreal steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Der 1,75 Meter große Stürmer will aber zurück in die Bundesliga. Wir alle kennen ihn ja noch aus Zeiten beim BVB. Da hat er ja auch vor allen Dingen zu Beginn sehr, sehr überzeugen können, hat er damals auch im Wechselspiel mit Mario Götze, vor allen Dingen auch als Joker, immer sehr gut funktioniert. Alcacer wurde nun wohl beim BVB, als man eben auf der Suche war nach einem Aller-Ersatz, Hertha sowie auch Union Berlin angeboten. Bislang gab es aber hier keinen Wechsel. Alle drei Vereine haben sich am Ende auch anderweitig verstärkt. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er für Gladbach interessant ist. Denn bei Villarreal ist er nicht mehr gesetzt. Letzte Saison hat er aber immerhin nochmal 23 Spielspiele bestritten. Fünf Tore und fünf Vorlagen sind dann für einen eher Joker gar nicht mal so verkehrt. Und wir alle kennen ihn ja vom Spielertyp. Er hat einfach richtig klasse Fähigkeiten und vor allen Dingen eben auch für den Ballbesitz Fußball. Er ist technisch super ausgebildet, hat einen Top-Abschluss. Trotz seiner relativ geringen Körpergröße für einen Stürmer von 1,75 Meter ist er stark im Kopfballspiel und hat ein gutes Tempo. Ich finde, bedingt durch die geringe Spielzeit, die er zuletzt hatte, plus sein Alter, wo jetzt auch nicht mehr der Mega-Entwicklungsschritt kommt, wäre hier eine Laie auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Option, um einfach sehen zu können, welches Level hat er aktuell einfach noch. Inwiefern kann er Gladbach weiterhelfen und ihn dann erstmal für ein Jahr auszuleihen, um ihn dann als Edeljoker möglicherweise reinzuballern ins Spiel. Je nachdem, wie es so läuft, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten sind vielleicht andere Stürmer interessanter, aber grundsätzlich Alcázar sicherlich ein Spielertyp, der passen kann. Und passen kann natürlich auch Joshua Zierkzee. 21 Jahre jung, aus den Niederlanden, 11 Millionen Marktwert. Und sein Vertrag bei den Bayern läuft nur noch ein Jahr, bis 2023. Und auch deswegen ist ein Abschied aus München durchaus realistisch, auch weil Bayern gerne noch eine gute Ablöse bekommen möchte. Mehrere Vereine sind interessiert. Gladbach zählt wohl nun auch dazu. Vielleicht auch, weil sich eben der Wechsel von Bellio zieht und man sich deswegen ganz bewusst nach anderen Stürmern zumindest mal umschaut. Zierkzee würde wohl um die, ja, 10 bis 20 Millionen kosten. Das ist jetzt ein sehr, sehr großer Rahmen, den man da spinnt. Bayern erhofft sich wohl 20 Millionen. Marktwert liegt bei 11. Ich denke mal, um die 15 Millionen sind vielleicht am Ende realistisch. Was natürlich schon ein stolzer Preis ist. Aber er ist halt auch auf jeden Fall ein spannender Spieler. Unter anderem auch der VfB Stuttgart. Der FC Fulham, Paysway, Eindhoven oder auch Ajax Amsterdam möchten ihn gerne haben. Und natürlich kann das auch für ein gewisses Wettbieten sorgen, wo dann Gladbach aber auch schon relativ früh aussteigen wird. Letzte Saison konnte ja Zierkzee bei Annerlecht überzeugen. In 32 Ligaspielen macht er 15 Tore und 8 Vorlagen. Das ist echt eine klasse Quote. Zierkzee ist jetzt nicht dieser ganz klassische, typische Neuner. Fühlt sich aber schon wohl auch am Ende in der Box als wirklich auch alleinige Nummer 9. Ist 1,93 Meter groß, physisch stark und hat das Potenzial natürlich auch noch sich extrem weiterentwickeln zu können. Deswegen, warum nicht Zierkzee nach Gladbach holen? Das kann auf jeden Fall passen, muss aber auch preislich Sinn ergeben. Ich kann mir nicht forschen, dass Gladbach irgendwie 10, 15 Millionen in einen neuen Stürmer investieren wird. Wenn man noch Thüram und Plea zudem auch noch unter Vertrag hat. Und deswegen kann für mich auch Megan Birischa ein sehr, sehr guter Kandidat sein. 24 Jahre jung, aus Deutschland, Marktwert beträgt 6 Millionen Euro und sein Vertrag bei Fenerbahce Istanbul läuft noch bis 2025. Birischa ist 1,88 Meter groß, offensiv, kann er wirklich alles spielen. Fühlt sich eigentlich am wohlsten als Spitze, im besten Falle sogar auch als zweite Spitze. Kann aber auch alleinige Neuner machen und eben auch über die Flügel sowie als Hängelspitze kommen. Mit der deutschen U21 wurde er vor einem guten Jahr Europameister. Und zuvor wurde er bei RB Salzburg ausgebildet. Und letzten Sommer ging es eben dann zu Fenerbahce. Pendelt dort allerdings zwischen Bank und Startelf. Auch deswegen ist ein Abgang im Sommer durchaus möglich. Aus der Bundesliga gab es bereits Interesse vom VfB Stuttgart, von Schalke oder auch von Mainz. Deswegen ist wohl auch ein Wechsel in die erste Liga möglich. Fenerbahce möchte ihn wohl am liebsten verkaufen. Allerdings ist mittlerweile wohl auch eine Laie ganz gut vorstellbar. Was natürlich finanziell für Gladbach durchaus nicht schlecht wäre. Und ich finde, dass er einfach ein Spielertyp ist, der Gladbachs Offensive einfach super erweitern kann. Er ist technisch richtig, richtig stark. Hat ein gutes Tempo, eine gute Physis. On top ist auch noch ein super Standardschütze. Und er kann dann ähnlich wie Plea und Thuram, die ja auch beide als Neuner, aber auch auf anderen Positionen funktionieren, in Gladbachs ja Farkes Ballbesitzsystem agieren. Und deswegen auch rein finanziell bedingt durch eine mögliche Laie ein Kandidat sein, über den man bislang öffentlich oder auch in Fankreisen manchmal noch nicht so diskutiert hat. Den man aber auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben sollte. Und somit war das mal meine Analyse von fünf möglichen Stürmern für Gladbach. Belio ist und bleibt wohl der Wunschkandidat. Zierk C hat man, aber ich denke mal auch logischerweise trotzdem auch auf der Liste. Den wir mal beobachten. Da hängt sicherlich aber auch ein bisschen vom Preis ab. Ich finde, dass auch Toni Martinez vor allem auch als Backup erstmal spannend sein kann. Aber auch hier ist dann die Frage, wie viel Geld will Porto wirklich haben, wenn es da um die 10 Millionen Euro sein wird oder sogar mehr. Dann ist das auch einfach zu viel. Deswegen kann auch Paco Alcázar als Sofortlösung unglaublich spannend sein. Würde ich persönlich aber nur per Laie machen. Berisha kann der Offensive viele Möglichkeiten geben. Bei einem guten Preis ist er für mich neben Zierk C und Belio der perfekte Kandidat. Und zu guter Letzt seid noch ihr gefragt, welcher meiner fünf Vorschläge passt am besten zu Borussia Mönchengladbach. Welchen Stürmer habt ihr auf dem Zettel, den ich gar nicht genannt habe, der zu Farkas Fußballspielstil passen könnte. Und dann könnt ihr nochmal natürlich gerne weitere Videodeen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.